Gibt es nicht, sind alle ausverkauft! Natürlich gibt es ein Humvee irgendwo, hey! Ja, komplett. Wir sind komplett. Was, hä? Ihr seid komplett, das glaub ich dir nicht. Wo ist Tim und so weiter? Äh, die wollten irgendwie respawn oder sowas. Keine Ahnung. Oder, ne, Tim wollte zu Base drücken. Ja, ne? Ja, der ist schon an der Base. Ja, der ist mir auch gerade aufgefallen. Oh, die Sackrate, ey! Ja, Jano drin? Ah, stimmt, ne? Jano fertig ist damit. Spiel zurück. Gute Nacht, oder? Alle drinnen? Ne, warte, Basti, das glaub ich noch nicht. Los, Basti, oder ich schieß dir mit der Gatling in den Kopf. Heiß mal. Okay, letzter Mann. Alle drinnen? Letzter Mann, stopp! Na, Snake, bist du Musik gefällig? Was ist mit Jano los? Jano, keine Ahnung. Ja, nochmal. Äh, Piloten bleiben nochmal hier. Also, guck dir mit Jano an? Ich funke mal, wenn du jetzt die anderen an. Warte. Oh, der steht da vorne in den Bischen. Was macht er da wohl? Pinkelpause! Ja, ich weiß, was er macht. Die fragen wir jetzt, ob er... Basti, ich fahre zur Base, ja? Zwei Chairs. Du willst aber jetzt fahren? Ja, okay. Ich fliege das Ding sowieso. Ich muss Oranius sagen. Aber ist okay. Können wir? Ja, go. Los. Achso, der Oranius kann gerne das MHQ anhängen, ne? Ja, das habe ich doch eben gefragt. Ja, okay, fliegt zurück. Ich fahre mal in den SUV und er kann das MHQ zurückfahren. Also, ich fahre jetzt wie er fliegt, das ist das... Ja, los, zum MHQ hier. Erstmal muss ich ankommen, meine Interflikation kann ich überhaupt nicht. Warum? Ja, das tut immer ein Lücher drauf. Damit hier schneller an die Seite kommt. Ich will zum MHQ jetzt gerade machen. Rechts von dir. Kann man das nicht einfach mit dem Chilo kurz aufheben und weg? Natürlich, aber dafür musstest du zurück zur Base und das ist dumm. Ja, könnte ich machen. War schnell anhängen. Alter, wenn ich Pilot bin, ist mir Sachen vor zwei Minuten. Okay, ich bin geübt, aber ich schon tausendfach Sachen habe in der Gang. Hier sind wir gerade. Oder? Ne. Janu, der Sakser ist immer bei allen hier. Oder ich steige kurz raus. Er bleibt mal stehen hier. Geh mal runter. Janu, pink hat immer runter. Guck mal kurz, ob ich eine Seil schläge dabei habe. Ja, runter, 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 weiter, 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 weiter. Kommen wir. Von wem kam gerade der Beschuss? Ich habe keine Equipanten gerade jetzt, oder was? Ja, gerade waren wir unter Beschuss. Ach, das war ja auch noch bestimmt. Ja, da schalte ich meine Gatling mal auf High. Zu viel geladen. Also ich kann nicht... Zu viel geladen? Zu viel Moffin gekommen, Alter. Pfff. Janu Moster Dresden. Janu Moster Dresden. Oh, die Blase ist zu voll. Scheiße. Als wären da 3 Helikopter gehabt, ja. Ja, Janu, warum machen wir jetzt nicht ganz einfach und hängen das... ...schleppen das SUV mit dem MGQ ab und hängen das MGQ an den Black Hawk. Das funktioniert. Ich habe kein Wort verstanden wegen dem Helikopter. Ja, ich bin drin. Es ist doch gar kein Hift. Äh, Black Hawk, warte noch mal ganz kurz. Ich muss noch mal ganz kurz mit die anderen sprechen. So, jetzt höre ich dich. Was gibt? Ist er drunter? Ich sehe es nicht. Äh, warum nehmen wir hier eigentlich einfach nur das... Ja, kann ich rein, nein. ...den SUV an das MHQ per Abschleppseil und... ...heben das MHQ mit dem Black Hawk weg. Also machen, das MHQ an den Black Hawk fest, das funktioniert. Nein, es funktioniert nicht, das habe ich auch schon mal probiert. Was, das hat aber mal funktioniert. Du kannst den, den SUV an eine... Was ist das da vorne? Ach, das ist da... ...an einem Benzinkarnister ranhängen. Ja, sorry, das dauert... Wir sind jetzt direkt drunter. Stopp, ein bisschen direkt drunter. Ja, aber ich fahr das Ding jetzt. Ja, kein Link. War auch schnell. Auf jeden Fall hat es mal funktioniert, dass das so ging. Nämlich nie wieder. So. Äh... So ist gut. So ist gut halten. Mach ich doch. Ach, verdammt. Ja, Junge. Es ist ein Heli, ne. Du machst einmal eine Sache, ne. Ja, das ist so zum kurzsten. Warte mal. Warte. Leute, was geht bei euch schief? Flieg mal schnell über das MHQ hier. Okay, so passt, so passt. Ja, jetzt wieder zu schnell, wieder zu schnell, wieder zu schnell. Scheiße. Okay, wir sind direkt drunter. Drüber. Drüber, klar. Tiefer, 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 tiefer. Okay, das passt. Jetzt einen Tick vor und ein Stück nach rechts. Ja, das passt wieder vor. Und jetzt dreh den Blackhawk mal, sodass ihr genau unter dem Ding steht. Okay, Moment. Jetzt häng ich das eben an. Ja, das ist zu weit gedreht. Aber egal. Lass ihn so. So, wie häng ich das Ding an? Ja, warte, ist dran. Ich setz mich noch kurz rein. Was? Ja, er ist anscheinend dran. Ja, okay, kannst los. Ja, ich verstehe dich, also. Ja, du kannst jetzt los pflegen, ja. Gut. Fuck, ich kann nicht rausgucken, ob der da dran hängt, aber ich glaube, der da hängt, ja. Ja, positiv, der hängt dran. Jawoll. Ja, jetzt habe ich die Option, Last trennen. Ich könnte doch mal so spaßeshalber ihn einfach über den Wald rausschicken. Alter, die ganze Landschaft bewegt sich, obwohl ich nicht... Obwohl sich bei mir nichts bewegen dürfte. Ja, warum denn nicht, ne? Ja. Intoxikation. Ja, das ist so verwirrend, ey. Ich habe auch keine Ahnung, wer mir so viel Moffin gegeben hat, ey. Ja. 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 Ich habe hier auf dem Server schon Medics gesehen, die seit 5 Minuten auf dem Server sind. Lass wir ihn doch in dem Teich da rechts runter. Ich hoffe, ich kann nämlich hinten eine Einzahlung kriegen in der Baseball. Warte, ich habe... Gar nicht. Ist um die 160 fliegen wir. Ja, ich weiß, das riecht richtig, ich auch. Ja, jetzt sind wir schon gleich. Irgendwann kippst du auch mal rum, zwischendurch. Ja, aber... Und wenn du es richtig schlimm hast, dann stirbst du irgendwann. Äh, da kippst du so viel Moffin rein. In der Welt so ein bisschen gar nix. Doch. Heißt also, du musst 40 Meter beim Boden sein, oder? Auto-Rover? Was? Wirst du Auto-Rover? Ab und zu ja, bei sowas zum Beispiel. Wenn ich so hoch bin. Boah, das brauche ich überhaupt nicht. Das letzte Mal, als ich das MHQ abgesetzt habe mit dem Mi-8. Uh, das war eine Aktion. So, warte es mit Meter und wieviel Meter? Ja, so weit wir runter wie es geht. Warte mal, ich schau mal kurz. Ja, mal ein bisschen abfremsen, noch ein bisschen, noch ein Stück. Geht noch, geht noch, geht noch. Ich setze ihn jetzt mal ab. Ja. So. Abgesetzt. An. Du kannst landen. Touchdown. Alles geil, ey. Ja. Ich hole mir auch eine MP, ey, das ist voll geil. Oh. Kommt dann gleich wieder, ne? Jojo. Wollen wir denn schon mal in den, äh, Patchy? Ja. Der Patchy hat meine Waffe gefressen. Ach nein, der ist ja. Hm. Weiß ja schon alles an Waffen drin ist. Ne, du. So. Fuck. So. Ja. Dann können wir den Masken nichts aufziehen, das ist ja scheiße. Äh. Dann steht der Blackhawk einfach mal voll im Weg. Ja. Oder wenn er halt von der anderen Seite kommt und relativ langsam, äh, oder relativ schnell schon abgebremst hat, dann steht er halt auch wieder im Weg. Am besten hier, wo wir jetzt stehen, immer dein Heli parken, falls du ihn noch benutzt. Wenn du ihn nicht mehr benutzt, da hinten auf dem, ähm, wenn du auf der Karte siehst, halt, äh, Chopper Service Point, oder Chopper Service, da fliegst du den dann rauf, dann wird er repariert, vollgeladen, vollgetankt, alles, und, äh, dann fliegst du ihn wieder halt auf seine eigentliche Position da, wo er halt steht. Jo. Äh, nur halt einfach ganz als Tipp, äh, den nicht da zu lassen. Und wenn du ein MHQ geladen hast, also unten dran hast, dann lass das MHQ niemals da hinten beim Taxi-Warehaus, äh, beim Rollfeld. Denn, ähm, wenn dann der A-10 startet, bist du auch wieder am Arsch, weil die A-10 dafür sorgen muss, dass sie weitgehend rechts von der Landebahn startet, äh, weil da ansonsten ein Polly nicht reinfliegt. Also am besten MHQ immer hier rauslassen, wo wir jetzt stehen, und dein Heli immer hier landen. Alles klar. Ja, geht schwer. Und wenn kein Fahrer in MHQ ist, naja, dann lässt das MHQ weiter hinten raus und liegt es dann hierher. Dann holt er schon irgendeiner. Alles klar. Nur damit du Bescheid weißt, weil das ist sehr wichtig, wenn gerade einer mit einer A-10 startet oder mit einer C-130. Nehmen wir mal Beispiel C-130, das Ding hat so fette Flügel, das reißt alles, was in fünf Metern neben der Landebahn steht mit. Von daher kann das auch Ende blenden. Oh, ich frage mich schon, wenn's Nacht wird. Ich nicht. Ich hab nur von Nacht, ey. Nacht-Action pur die ganze Zeit gehabt. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Oh, ne, es wird ja wirklich bald Nacht. Ich muss ja schrieen. Ich will da von's. Ja. Äh, ich muss auf. Okay. Na, super. Ja. Dann, äh, morgen, ne? Jo, bis morgen. Ciao. Jo, tschüss. Seaman, fliegst du noch nicht in Blackrock nochmal kurz vor? Ja, mach ich. Dann langsam aktivieren und kommt wo rein geht. Welchem anderen Mod das ist. Kann sein, dass es sich mit einem anderen Mod nicht verträgt. Okay. Ja, egal. Vergesse ich. Sonst ist es egal mit dem Mod. Ich mein zwar alle Remotes ist ganz cool und auch schön für euch, aber egal. Bei mir funktioniert sowieso meistens alles nicht, vadaa. Tja, gibt's jetzt noch Piloten, oder... Bin ich natürlich der einzige andere? Wow. Du und... Du. Klasse. Ja, äh, ich guck mal ganz kurz, wieviel in Surgeon City spielen, ich glaub auch in Surgeon City. Öh, keiner spielt in Surgeon City. Ja, aber das sieht so geil aus mit deinem MG, ey. Wie, kann man sich da dringen, wenn man das macht? Ja. Turbo-Taste halten und äh, rechts halten. Q-Taste halten? E-Turbo-Taste. Rechts und links. Wie? Q-Taste und dann rechts, ne? E-Turbo-Taste. Ja, und dann? Rechts oder links, je nachdem die andere Richtung... Wo du hin willst. Ach, geht's um die SMK-Mod, die hab ich nicht drin, also seh ich's nicht. Ah, okay, gut zu wissen. Ich auch nicht. Bei mir funktioniert's. Dankeschön. Mal ne kurze Frage, seit diesem neuen, äh, Layout von, äh, dem Update hier von AMA, äh, kann man als RT-Operator überhaupt noch ein Hambi rufen? Ja. Weil ich hab nur noch Artillerie-Menü und das war's. Also Leute, ähm, was willst du machen? Ja, ich möchte eigentlich in A-10 steigen. Die Zeit? Ich kann... Ich kann... Ich kann mit dem Little Bird Feuer-Unterstützung geben. Hahaha, Sie-Man redet noch mit dir und du bist jetzt weg, ey. Das ist richtig cool. Was? Ich hab's nicht gehört. Sie-Man hat mit dir geredet, Alter. Und du bist einfach weggefahren. Äh, wieder! Ja, bitte. Tschüss, Tim. Also ich... Wir sind Abis. Wie erschießen dich aus dem Fahrzeug raus? Was auch was? Also ich schnapp mir jetzt einfach ne Dings... ...ne Little Bird. Check! ...hello was in a cave to good self. Da unten sind sie. Da unten sind sie. Oh shit. Fuck this shit. Fuck this shit. I'm pretty much out of your 5-5 turn, we're pulling out of 7 in Japan, over. Oh shit. 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 Fuck. Fuck. Fuck.